Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann nur schief gehen. Ja, das kann nur mega schief gehen. Yes! Oh nein! Okay, jetzt nehmen wir die Garton wieder einfassen. Oh mein Gott. Jetzt geht's euch schlecht. So, selbst alle auf mich, wenn ihr Geld machen wollt. Ach, man kann jetzt auch noch Geld setzen? Ja, kannst wetten. Dann setze ich auf mich 1000. Wo kann man? Dann machst du ja Doppelverlust. Warte mal, Spieler, ich setze einfach auf Schiko 1000. Mach das nicht, du verlierst dein Geld. Ich setze auf Kapuze. Das ist gut. Wo sind wir Chess? Halt diese Helme! Alle mit euren Plastik-Swap. Alter, das ist gut, was wir sind. Und jetzt geht die los! Das ist wie eine Motovat-Gang. Oh, die Hände hoch! Die Hände hoch! Hey! Oh, die Hände hoch! Komm, Alter, komm, Alter! Komm, Alter, komm, Alter, los! Was bist du? Nein! Oh, die Kurve, die Kurve! Oh, der Meister! Komm, Alter, komm, Alter! Ja, Mann! Oh, der Sachsen! Oh! Wie kann man jemanden killen? Oh! Aber wie kann man jemanden ausschalten? Er hat mich einfach so krass gerammt, dass ich weggeflogen bin. Bei mir steht's heiße Richtung! Nein! Du hast einen Checkpoint ausgelassen. Keine Chance! Nein! Oh, Manus, ey! Kapuze verpästet! Keine Chance! Oh, der Dug! Der Dug! Jawohl, jawohl! Holen wir den Dug! Ist egal, ich fahre ohne Checkpoint. Nein! Nein! Da ist Kapuze! Hast du mich gesehen? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Was ist denn das? Oh, Mannus, Alter! Du kannst einfach nach unten? Wuhu! Oh, nein! Oh, nein! Können wir den irgendwie wieder zurückwärtsen? Oh, mein Gott! Ja, F gedrückt halten! Oh! Aus dem Weg mit Flay! Hey! Warum bin ich jetzt geschossen? Oh! Oh Gott! Wo ist das? Alter! Alter! Ich war erster! Ich war erster, wenn ich diesen scheiß Berg runtergefallen! Oh, nein! Oh, nein! Oh, so ein... Schmorder! Jetzt wurde er letzter, ey! Und jetzt bin ich hier beim Checkpoint! Kapuze, du musst gewinnen! Ja! Ich hab Geld auf mich gewinnt! What a love! Mach! What a love! Also Kapuze war das beste Motorrad! Warum? Was hat er denn? Weil er, weil er ultra schnell an alle vorbeiziehen kann! So, jetzt wird aufgeholt hier! Ich geh jetzt aber los! Oh, shit! Oh, shit! It's on! It's on! Oh, damn it! Nice! Wie kann das passieren? Ja, ja! Komm, Juni! Pick this! Komm, Juni! 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 Er ist in letzter Sekunde an! Hey, das ist ein alter Crew! Mensch, ich hab jetzt gekämpft von den letzten... Du Pellermann! Zeig doch noch im Mittelspiel! Ich bin schon mehrmals gestorben, was soll das? Was bin ich? Was soll das? So ein Kass! Der fährt noch! Ach, ich bin nicht der Star! Warte, ich bin nicht der Star! Nancy! Nancy! Ja, ich bin ja leider gestorben! Nancy! 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 Oh Mann! Ja, das Problem ist, ich bin gestorben und wurde an den Checkpoint, den ich ausgelassen habe, zurückgesetzt. Oh Mann, jetzt ist es vorbei! Ja, das war mir auch! Wurde abgefifft! Oh, oh! Ich bin mit dem blöden Pfosten gefahren! Ich mein... Ich bin ungelogen, ich stimme zu! Hau, ich bin echt mit dem Geld! Aber das war echt lustig! Aber es ist gut zu wissen, dass man mit F wieder sich zurücksetzen kann! Du mit Pfosten! Oh ja! Ich bin nachdem schon Berg an der Checkpoint vorbei runtergesprungen und bin erstmal eine Minute noch rumgefahren, bevor ich wieder zurückgesetzt habe! Nochmal! Kann man irgendwie... Gefällt mir! Gefällt schlecht! Gefällt mir! Gefällt mir! Ich fand die aber auch richtig gut! Oder egal! Leute, immer voten, weil da kriegt ihr XP für! Ehrlich? Ja! Oh, Job bewertet ihr! Oh! Okay, okay! Neues Rennen hier! Staub zu Staub geht gut! Ja, nehmen wir mal die Wüsten-Rallye da unten! Ja! Warte mal! Warte mal! Ich bin jetzt irgendwie hier... Wo bin ich jetzt? Hä? Ey, es macht irrsinnig viel Spaß! Ist schon geil! Oh, Mann! Ich hab keine Ahnung, bin ich noch drin in der Lobby? Dann werde ich euch... Ja, klar! Du hast halt noch nicht gevotet! Es ist aber egal! Die Mehrheit hat für das Ding gevotet! Genau! So! Und ab in die Wüste! Ja! Weg Manos und Liquid steuern! Ah ja! Ja! Blablabla! Und... Ja! Okay! Alle sind da! Bitte, wie gesagt... Ist ja wieder Motorräder! Ja, aber andere jetzt! Cross-Motorrad jetzt! Oh! Liquid fehlt noch! Und... Go! Ja, ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Du spielst ja schon seit 3 Jahren und bist erst Level 10! Kann man jetzt trotzdem andere Motorräder nehmen? Ja, Sanchez! Und die Sanchez! Ja, die haben selben Wett, oder? Ja! Warte mal! Ob du Sponsor oder nicht! Hey, schon mit Sponsor! Krieg mal ein bisschen Geld! Early! Ja! Gibt's... Gibt's Pink? Gibt's Pink? Wenn du jetzt... Vor dir hast, schlage ich dich! Komm, mach mal! Er hat das erste Mal gewonnen! Werte platzieren! Krabs hat gewonnen! Ich bin gegen die blöden Posten gefahren! Ja, ich war dritter! Ich bin gegen die blöden Posten gefahren! Das hätte ich gewonnen! Ja, mindestens! Ey, so knapp! Du! Ich war aber... Ich wär weit vor dir gewesen, wär ich nicht gestorben! Durch Maines! Ja! Einfach von vorne! Und... Da war keine Strecke, wo du warst! Sonntagsfahrer? Was ist da los? Und eins verloren, zwei... Wie geil, wie alle im Kreis stehen, wenn immer die Damen durchgehen! Ja, richtig, hast du schon gemacht! Ich hab mal ganz gut und doll auf mich gesetzt! Wow! Ich hab meine... It's on! Jetzt geht's scharf! Jetzt soll ich die fertig, Early! Das kriegst du zurück! Oh! Ich schlauze! Ich bin der Erste! Du warst der Erste! Early mit seinem pinken Bike, ey! Na, 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 na! Na, na, na! Na, na! Los geht's! Na, 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 na! Es war's weggehauen! Ey! Da geht's aber los, Boys! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das kann nur schief gehen! Das kann nur mega schief gehen! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Yeah! Oh, shit, ja! Nein! Was ist das? Das ist aber geil! Was ist das? Ich hab keine Älze, glaube ich! Was ist das? Meine Schläufe ist verzögert! Ey, so fies, ey! Oh, crap, du weißt! Vorne fliegen wir über den Berg! Oh, Prats bin tot! Jawoll! Verl, du verpisst den! Au! Oh! Oh! Kaputt ist über Lensis im Motorrad gefallen! Nein! Oh, das war gefährlich, ey! Das war gefährlich, war das! Oh! 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 Kein Fehler! Kommt der Zug hier auch manchmal? Das wär richtig geil, so random. Oh, das wär... Random Paces! Oh, Frames, wo seid ihr? Hau ab, Early Bob! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Komm, wir müssen auf ihn hoch, aber wir sind voll weit hinten! Stäng die an hier! Hau! Sieht man ja auch so, die Platzierung steht... Nein! Oh! Yes! Early Stone, glaub ich! Oh, das ist der Dado-Kart! Oh, fuck it! Hey! Hallo, Mann! Was war alt? Wo ist der Dado-Kart? Wo ist eigentlich der ganze Rest denn da? Hau ab! Hab ich nicht gesehen! Das geht's auch hart! Ich bin schon mit dagegen das scheiß Ding gefahren! Das geht's auch hart! Da wurde abgedreht! Nein! Die 1000 Dollar, die da auf dich gesetzt hast, war ja verschenkt, ey! In der Wüste kannst du das suchen! Dann hätte ich das auch spenden können! Und Nancy gebt, die hätte 10 Messer gezogen! Nein! Du Arsch! Du Arsch! Wer sind denn die 3 da vorne? Die machen doch gemeinsame Sache! Du Arsch! So sagt ihr euch nicht, ey! Ich bin zu langsam! Langsam! Oho! Keiner! Und so, ihr Tilt ist gut! Hey! Hey! Wer ist da hinter mir? Das ist die blöde Ecke. Langsam! MEIN! Ich war noch dran an Gold! Und bin an einem Stein gestorben! Da du! Und das geht kaputt! Ich war dran! Ich hatte Chance auf Gold! Ich schaue dich vorbei! Ich skeg es! Alter, am Vierter werde ich noch eh geplant, du Boy! Hey, come on! Du Fingel! Du Fingel! Du Fingel! KOMEN! 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 Oh masks! Oh mein Gott! Du Bona! там vorne die ganze Zeit. Ich dachte mir so irgendwie, wenn du ausfüordinieren würde, vielleicht du das rivalst! Wie bist du so schnell geworben? Ja! Nein! Nein! Na ja naii! Ja Bona! Wind Academy inondier! Oh! Oh During the B dubai! Oh Kapuze so weiter und rausgehauen! Du Titans! Ah ne, he- Das war die schönste Kopf-an-Kopf-Rennen da vorne die ganze Zeit. Ey, ich war wirklich gerade, ihr habt alle in derselben Kurve gebremst und ich hab so eine perfekte Abkürzung hinbekommen und dann war ein Stein da und ich bin direkt gestorben. Wir machen mal einen Stein in den Weg oder andere. Ja, die fand ich gut. Guck mal da, ey. Ich sag, auf wen hast du gesetzt? Ja, ich schon weiß, es war knapp. Sei ruhig da. Und natürlich die Level 1er, das ist ja okay, die haben ja noch nicht gespielt. Dann kommt ja der Level 10er mit dem Skill. Ich halte die Schuhe.